Lektion 1 – Nachhaltiges Abfallmanagement Hallo Anna, hast du von effektiven Möglichkeiten gehört, Abfall nachhaltig zu verwalten? Hallo John, ja, es gibt verschiedene Strategien, die wir anwenden können, um Abfall zu reduzieren. Das ist toll zu hören. Abfallreduzierung ist für den Umweltschutz von entscheidender Bedeutung. Absolut. Ein wichtiger Schritt ist es, regelmäßig Recycling zu üben. Recycling trägt dazu bei, Abfälle von Mülldeponien abzuleiten und fördert die Ressourcenschonung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Einwegprodukten wie Plastiktüten und Strohhalmen. Die Verwendung wiederverwendbarer Alternativen ist eine einfache, aber effektive Möglichkeit, Abfall zu reduzieren. Es ist auch wichtig, organische Abfälle zu kompostieren, anstatt sie in den Müll zu werfen. Durch die Kompostierung können sich organische Materialien auf natürliche Weise zersetzen und den Boden anreichern. Das ist richtig. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Methanemissionen von Mülldeponien zu reduzieren. Gibt es spezielle Richtlinien für eine effektive Kompostierung? Ja, es ist wichtig, das Verhältnis von grünen und braunen Materialien im Komposthaufen auszugleichen. Zu den grünen Materialien gehören Fruchtreste und Grasabfälle, während zu braunen Materialien Blätter und Zweige gehören, oder? Das ist richtig. Das Erreichen eines guten Gleichgewichts gewährleistet eine korrekte Zersetzung. Es ist gut, die Grundlagen der Kompostierung zu kennen. Was können wir noch tun, um Abfälle nachhaltig zu entsorgen? Ein anderer Ansatz besteht darin, achtsamen Konsum zu üben und unnötige Einkäufe zu vermeiden. Achtsamer Konsum hilft, die Menge des anfallenden Abfalls von vornherein zu reduzieren. Absolut. Es ist wichtig, die Lebensdauer und die Umweltauswirkungen der Produkte, die wir kaufen, zu berücksichtigen. Das ist ein gutes Argument. Bewusste Entscheidungen zu treffen kann einen großen Unterschied machen. Es ist auch wichtig, Unternehmen zu unterstützen, die Nachhaltigkeit und Abfallreduzierung priorisieren. Indem wir umweltfreundliche Unternehmen unterstützen, fördern wir einen nachhaltigeren Markt. Das ist richtig. Unsere Entscheidungen als Verbraucher haben die Macht, positive Veränderungen voranzutreiben. Es ist inspirierend zu sehen, wie kleine Aktionen zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen können. In der Tat. Jede Anstrengung zählt, wenn es um Abfallmanagement und Schutz geht. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Erkenntnisse geteilt haben, Anna. Sie sind praktisch und wirkungsvoll. Du bist willkommen, John. Lassen Sie uns das Bewusstsein weiter schärfen und Maßnahmen für einen grüneren Planeten ergreifen. Absolut, Anna. Gemeinsam können wir beim nachhaltigen Umgang mit Abfällen etwas bewirken. Prost darauf, John. Lasst uns eine sauberere und nachhaltigere Zukunft anstreben. Prost in der Tat. Auf nachhaltiges Abfallmanagement und einen gesünderen Planeten für alle. Lektion 2 – Förderung erneuerbarer Energien Hallo Anna, hast du irgendwelche Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien verfolgt? Hallo John. Ja, erneuerbare Energien sind entscheidend für eine nachhaltige Zukunft. Das ist richtig. Welche erneuerbaren Energiequellen finden Sie interessant? Sonnenenergie ist besonders faszinierend. Sie nutzt die Kraft der Sonne. Sonnenenergie ist reichlich vorhanden und sauber, was sie zu einer vielversprechenden Alternative zu fossilen Brennstoffen macht. Absolut. Es ist wichtig, Solarenergie als tragfähige Energiequelle zu fördern. Gibt es irgendwelche spezifischen Vorteile der Sonnenenergie, die Sie sich vorstellen können? Solarenergie ist erneuerbar, was bedeutet, dass sie nicht wie fossile Brennstoffe ausgehen wird. Das ist ein erheblicher Vorteil. Wir brauchen langfristig nachhaltige Energiequellen. Sonnenkollektoren können auch auf Dächern installiert werden, wobei der verfügbare Platz genutzt wird. Das ist praktisch. Es ermöglicht Einzelpersonen und Gemeinden, ihren eigenen Strom zu erzeugen. Eine weitere interessante erneuerbare Energiequelle ist Windkraft. Windkraft wird seit Jahrhunderten genutzt, aber jetzt wird sie immer fortschrittlicher. Windturbinen können Strom erzeugen, indem sie die Kraft des Windes nutzen. Das ist beeindruckend. Es ist toll zu sehen, wie Windkraft in größerem Umfang genutzt wird. Windparks werden in Gebieten mit starken und gleichbleibenden Windmustern gebaut. Es ist aufregend, das Wachstum der Windenergie als nachhaltige Lösung zu beobachten. Eine weitere erwähnenswerte erneuerbare Energiequelle ist Wasserkraft. Wasserkraft nutzt fließendes Wasser zur Stromerzeugung, oder? Ja, es kann aus Flüssen, Dämmen oder sogar Meeresgezeiten erzeugt werden. Wasserkraft wird seit Langem genutzt und ist eine zuverlässige Energiequelle. In der Tat ist es eine saubere und erneuerbare Option zur Stromerzeugung. Es ist ermutigend, die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen zu beobachten. Absolut. In erneuerbare Energien zu investieren bedeutet, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Vielen Dank, dass du diese Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Es ist wichtig, das Bewusstsein für erneuerbare Energien zu schärfen. Du bist willkommen, John. Lassen Sie uns weiterhin Initiativen für erneuerbare Energien fördern und unterstützen. Auf jeden Fall, Anna. Gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt haben. Lassen Sie uns die Vorteile erneuerbarer Energien bekannt machen und andere zum Handeln inspirieren. Prost darauf, Anna. Auf eine Zukunft, die von sauberer und nachhaltiger Energie angetrieben wird. Prost in der Tat, John. Lasst uns auf eine grünere und hellere Zukunft hinarbeiten. Lektion 3 Unbedingt. Lassen Sie uns erneuerbare Energien nutzen und eine nachhaltige Welt für kommende Generationen schaffen. Lektion 3 Die Kunst der Fotografie Hallo, Anna. Ich habe gehört, dass du gerne fotografierst. Welche Art von Motiven fotografierst du gerne? Hallo, John. Ich finde es faszinierend, Landschaften und Naturszenen einzufangen. Landschaften können atemberaubend sein. Hast du irgendwelche Lieblingsorte? Ich liebe es, in die Berge oder in die Nähe von Gewässern zu gehen, um ruhige Landschaften einzufangen. Das klingt unglaublich. Die Natur hat so viel Schönheit zu bieten. Das tut es. Ich fotografiere auch gerne Menschen und fange ihre Emotionen ein. Die Fotografie von Menschen kann sehr ausdrucksstark sein. Wie gehst du damit um? Ich versuche, ehrliche Momente einzufangen, die ihre wahre Persönlichkeit widerspiegeln. Ehrliche Aufnahmen wirken oft natürlich und echt. Ja, es geht darum, die Essenz einer Person in diesem bestimmten Moment einzufangen. Das klingt herausfordernd, aber lohnend. Gibt es noch andere Motive, die du gerne fotografierst? Architektur ist ein weiterer Bereich, den ich faszinierend finde. Architekturfotografie kann einzigartige Designs und Strukturen zeigen. Genau. Ich liebe es, die komplizierten Details und das Spiel von Licht und Schatten einzufangen. Es ist interessant, wie die Fotografie es uns ermöglicht, die Schönheit verschiedener Motive zu schätzen. Absolut. Es hilft uns, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Welche Ausrüstung benutzt du für deine Fotografie? Ich habe eine DSLR-Kamera mit verschiedenen Objektiven für verschiedene Situationen. Mit der richtigen Ausrüstung können Sie die Qualität Ihrer Fotos verbessern. Ja, aber es ist auch wichtig, sich auf Komposition und Geschichten erzählen zu konzentrieren. Die Komposition spielt eine wichtige Rolle bei der Erstellung visuell ansprechender Bilder. Das tut es. Es hilft, das Auge des Betrachters zu lenken und Emotionen hervorzurufen. Hast du irgendwelche Tipps für jemanden, der mit der Fotografie anfängt? Übung ist der Schlüssel. Experimentieren Sie mit verschiedenen Themen und Techniken. Das ist ein guter Rat. Je mehr du übst, desto besser wirst du. Und scheuen Sie sich nicht, neue Dinge auszuprobieren und Ihre kreativen Grenzen zu überschreiten. Das ist eine großartige Denkweise. Es dreht sich alles um kontinuierliches Lernen und Wachstum. Fotografie ist eine wunderbare Möglichkeit, Kreativität auszudrücken und Momente festzuhalten. Das ist es wirklich. Danke, dass du deine Leidenschaft für die Fotografie teilst, Anna. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, es inspiriert andere, die Kunst der Fotografie zu entdecken. Lassen Sie uns andere ermutigen, eine Kamera in die Hand zu nehmen und ihre eigenen einzigartigen Perspektiven einzufangen. Absolut, John. Feiern wir die Schönheit der Fotografie und die Geschichten, die sie erzählen kann. Prost darauf, Anna. Auf die Kunst der Fotografie und die Momente, die sie verewigt. Prost in der Tat, John. Lasst uns die Welt weiterhin durch unsere Linse einfangen und unsere Vision mit anderen teilen. Auf jeden Fall, Anna. Lassen wir uns weiterhin inspirieren und von der Kunst der Fotografie inspirieren lassen. Lektion 4. Unverzichtbares Zubehör Hallo, Anna. Ich habe gerade ein neues Tablet gekauft und suche nach einem Protektor. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Hallo, John. Ich habe kürzlich auch einen Protektor für mein Tablet bekommen. Ich kann dir dabei helfen. Das wäre toll. Ich möchte mein Tablet vor Kratzern und versehentlichem Herunterfallen schützen. Ich verstehe. Ein guter Protektor kann den nötigen Schutz bieten. Was für einen Schutz hast du für dein Tablet bekommen? Ich habe mich für eine Schutzfolie aus gehärtetem Glas entschieden. Es bietet Haltbarkeit und Transparenz. Das klingt nach einer guten Option. Ich möchte die Klarheit des Bildschirms beibehalten. Auf jeden Fall. Schutzfolien aus gehärtetem Glas sind dafür bekannt, die Bildschirmqualität aufrecht zu erhalten. Gibt es außer einem Protektor noch anderes Zubehör, das Sie empfehlen? Ja, eine Tablet-Hülle kann umfassenden Schutz bieten und eine elegante Note verleihen. Das ist eine gute Idee. Eine Hülle kann auch Schäden am Tablet-Gehäuse verhindern. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, wenn es um den Schutz elektronischer Geräte geht. Absolut. Ich werde meiner Liste der wichtigsten Zubehörteile eine Tablet-Hülle hinzufügen. Das könnte sich als nützlich erweisen, insbesondere für Aufgaben, die präzise Eingaben erfordern. Ja, ein Eingabestift eignet sich hervorragend zum Zeichnen, Notieren oder sogar Spielen. Ich werde auf jeden Fall in Betracht ziehen, mir auch einen Stift zuzulegen. Es klingt vielseitig. Schließlich kann ein Tablet-Ständer für Freisprechanrichtungen oder Videoanrufe nützlich sein. Das ist ein guter Vorschlag. Das würde es bequemer machen, das Tablet zu benutzen. In der Tat kann ein Ständer einen besseren Betrachtungswinkel bieten und die Belastung der Hände verringern. Danke für diese Empfehlungen, Anna. Ich mache eine Liste dieser Accessoires. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Das richtige Zubehör kann Ihr Tablet-Erlebnis verbessern. Absolut. Es ist wichtig, unsere Geräte zu schützen und das Beste aus ihnen herauszuholen. Stellen wir sicher, dass wir über das notwendige Zubehör verfügen, um unsere Tablets in Topform zu halten. Auf jeden Fall, Anna. Auf ein gut geschütztes und angenehmes Tablet-Erlebnis. Prost darauf, John. Machen wir unsere Tablets mit diesem Zubehör funktionaler und stilvoller. Prost in der Tat, Anna. Lassen Sie uns eine Checkliste erstellen und alle wichtigen Informationen für unsere Tablets abrufen. Absolut, John. Zusammen können wir das Beste aus unseren Tablets herausholen und ihr volles Potenzial ausschöpfen. Lass uns anfangen, Anna. Auf die Suche nach dem perfekten Zubehör für unsere Tablets. Lektion 5 In der Stadt navigieren Hallo, Anna. Ich muss in die Innenstadt. Wissen Sie, welchen Bus ich nehmen soll? Hallo, John. Ja, du wirst den Bus Nummer 12 nehmen wollen. Es geht direkt dorthin. Das ist praktisch. Ist es ein häufiger Bus mit regelmäßigen Fahrzeiten? Ja, die Buslinie 12 fährt während der Hauptverkehrszeiten alle 15 Minuten. Das ist hilfreich. Dann muss ich nicht allzu lange warten. Genau. Es ist eine beliebte Route, daher sind die Busse normalerweise pünktlich. Gibt es irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder Haltestellen, auf die ich achten sollte? Die wichtigsten Haltestellen auf der Strecke sind das Rathaus und der Hauptbahnhof. Großartig! Ich werde auf jeden Fall nach diesem Wahrzeichen Ausschau halten. Das ist eine gute Idee. Es wird dir helfen, deinen Weg durch die Stadt zu finden. Gibt es eine bestimmte Bushaltestelle, an der ich den Bus Nummer 12 nehmen sollte? Ja, es gibt eine ausgewiesene Bushaltestelle direkt vor dem Einkaufszentrum. Das ist praktisch. Ich kann das Einkaufszentrum von meinem Standort aus leicht erreichen. Es ist eine beliebte Haltestelle, Sie werden also keine Probleme haben, sie zu finden. Muss ich in den Hauptverkehrszeiten mit einem überfüllten Bus rechnen? Ja, der Bus kann überfüllt sein, besonders während der Hauptverkehrszeit. Ich werde das berücksichtigen und meine Reise entsprechend planen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist gut, auf überfüllte Busse vorbereitet zu sein. Muss ich für diesen Bus ein bestimmtes Ticket kaufen? Sie können eine Einzelfahrkarte oder eine Tageskarte für unbegrenzte Fahrten kaufen. Ich nehme die Tageskarte. Es wird bequemer für mich sein. Das ist eine kluge Wahl, besonders wenn Sie vorhaben, die Stadt mehr zu erkunden. Danke für all die Informationen, Anna. Ich danke dir für deine Hilfe. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich Ihnen bei Ihren Reiseplänen behilflich sein konnte. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der mit der Stadt vertraut ist und sie führt. Ich helfe gerne. Neue Orte zu erkunden kann aufregend sein. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, das Stadtzentrum zu erleben. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Genieß deine Reise, John. Danke, Anna. Dann befolge ich deine Anweisungen und nehme den Bus Nummer 12. Gute Reisen, John. Viel Spaß beim Erkunden der Innenstadt. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung. Passt auf euch auf. Lektion 6 Unterhaltsamer Abenteuer Hallo, Anna. Ich hatte eine tolle Zeit auf unserer letzten Reise. Zusammen macht es mehr Spaß. Hallo, John. Ich stimme voll und ganz zu. Wir sollten anfangen, unser nächstes Abenteuer zu planen. Definitiv. Es ist immer aufregend, neue Orte zu erkunden und Erinnerungen zu schaffen. Ich denke, wir sollten erwägen, wandern zu gehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Das ist eine fantastische Idee. Wir können die malerische Aussicht genießen und uns auch etwas bewegen. Genau. Wandern ermöglicht es uns, die Schönheit der Natur zu schätzen. Wir können verschiedene Strecken recherchieren und einen auswählen, der unserem Fitnesslevel entspricht. Ja, lass uns einen Weg finden, der eine moderate Herausforderung und faszinierende Landschaften bietet. Es wäre fantastisch, den Gipfel zu erreichen und atemberaubende Ausblicke zu genießen. Wir sollten auch ein paar Snacks und Wasser eintacken, um uns mit Energie zu versorgen. Guter Punkt. Es ist wichtig, während der Wanderung ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und neue Energie zu tanken. Wir können eine Kamera mitbringen, um die atemberaubenden Momente auf dem Weg festzuhalten. Unbedingt. Wir können unser Abenteuer dokumentieren und mit anderen teilen. Es würde Spaß machen, ein Reisetagebuch oder einen Blog über unser Wandererlebnis zu erstellen. Das ist eine kreative Idee. Wir können über die Trills, die Herausforderungen und die Belohnungen schreiben. Wir könnten sogar andere dazu inspirieren, ihre eigenen Wanderabenteuer zu beginnen. Das wäre unglaublich. Das Teil unserer Erfahrungen kann sowohl informativ als auch inspirierend sein. Wir sollten auch die Wettervorjahrsage überprüfen, bevor wir wandern gehen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein und sich den Bedingungen entsprechend zu kleiden. Wir können bequeme Wanderschuhe tragen und uns für wechselnde Temperaturen in Schichten kleiden. Es ist immer besser, übervorbereitet als untervorbereitet zu sein. Sicherheit sollte unsere oberste Priorität sein. Wir sollten jemanden über unsere Wanderpläne informieren. Ja, es ist wichtig, einer vertrauenswürdigen Person mitzuteilen, wo wir sein werden und wann wir zurückkehren werden. Für alle Fälle können wir auch eine Karte, einen Kompass und ein Erste-Hilfe-Set mitnehmen. Tolle Idee! Mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet zu sein, kann unser Wandererlebnis sicherer machen. Ich freue mich auf unser nächstes Abenteuer, John. Es wird ein unvergessliches Erlebnis werden. Ebenso, Anna. Ich kann es kaum erwarten, auf die Drehs zu gehen und die Schönheit der Natur zu genießen. Lassen Sie uns mit der Planung beginnen und unser nächstes Abenteuer zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Absolut, Anna. Zusammen begeben wir uns auf eine weitere unterhaltsame und erfüllende Reise. Ich freue mich darauf, John. Lass uns unser nächstes Abenteuer außergewöhnlich machen. Lass es uns tun, Anna. Auf spannende Wanderungen und unvergessliche Erlebnisse. Prost, John. Machen wir das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit und schaffen wir lebenslange Erinnerungen. Prost in der Tat, Anna. Lass uns mit der Planung beginnen und uns auf unser nächstes Abenteuer vorbereiten. Lektion 7 Arbeit und Erholung in Einklang bringen Hallo, Anna. Ich habe in letzter Zeit sehr hart gearbeitet. Es ist wichtig, produktiv zu bleiben, oder? Hallo, John. Absolut. Denken Sie jedoch daran, sich auch Pausen und Ruhetage zu gönnen. Du hast recht. Ruhe ist entscheidend für eine gesunde Work-Life-Ballance. Es ist wichtig, neue Energie zu tanken und Burn-out zu vermeiden. Wie entspannst du dich normalerweise? Ich lese gerne Bücher oder gehe gerne in der Natur spazieren. Es hilft mir, mich zu entspannen. Das klingt reizend. Eine Pause von der Arbeit einzulegen und sich mit der Natur zu verbinden, kann verjüngend sein. Was ist mit dir, Anna? Wie findet man Momente der Ruhe inmitten eines vollen Terminkalenders? Ich praktiziere gerne Achtsamkeitsmeditation. Es hilft mir, meinen Kopf frei zu bekommen und inneren Frieden zu finden. Das ist großartig. Achtsamkeit kann ein wirksames Instrument sein, um Stress abzubauen und den Fokus zu erhöhen. Absolut. Es ist wichtig, Aktivitäten zu finden, die uns Freude bereiten und uns helfen, uns zu entspannen. Ich stimme zu. Hobbys zu betreiben und Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen, hilft mir auch, mich zu entspannen. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen und auf die Bedürfnisse unseres Körpers zu hören. Ja, Selbstfürsorge ist nicht egoistisch. Es ist notwendig für die Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit. Absolut. Denken Sie daran, auch während Ihres Arbeitstages regelmäßige Pausen einzuplanen. Das ist eine gute Erinnerung. Kurze Pausen können die Produktivität tatsächlich verbessern. Ja, es ermöglicht unserem Gehirn, sich wieder aufzuladen und hilft uns, unseren Fokus und unsere Kreativität aufrecht zu erhalten. Ich werde sicherstellen, dass ich regelmäßige Pausen in meinen Arbeitsalltag einbaue. Danke für den Rat. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, dass die Walk-Life-Balance der Schlüssel zu langfristigem Erfolg und Glück ist. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Ermutigen wir uns gegenseitig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen. Absolut, John. Zusammen können wir einen gesünderen und erfüllteren Lebensstil schaffen. Danke, Anna. Lassen Sie uns bewusst versuchen, Momente der Ruhe und Verjüngung zu finden. Einverstanden, John. Auf die perfekte Balance zwischen Arbeit und Erholung. Prost, Anna. Kümmern wir uns um uns selbst und pflegen wir ein ausgeglichenes Leben. Prost, in der Tat, John. Auf eine gesündere, glücklichere und produktivere Zukunft. Prost, Anna. Denken wir daran, uns auch Pausen und Ruhetage zu gönnen. Lektion 8 – Kleidung einkaufen Hallo, Anna. Ich muss meine Garderobe auf den neuesten Stand bringen. Ich möchte ein schönes Hemd und eine Hose. Lass uns zuerst nach denen suchen. Jede Farbe. Hallo, John. Klar. Kleidung einkaufen kann Spaß machen. Wir können damit beginnen, verschiedene Geschäfte zu besuchen. Das klingt nach einem Plan. Ich bevorzuge ein Hemd, das sowohl stillvoll als auch bequem ist. Was ist mit dir? Ich stimme zu. Komfort ist der Schlüssel. Ich mag auch Hemden mit interessanten Mustern oder grafischen Designs. Das ist eine gute Idee. Einzigartige Muster können einem Outfit einen Hauch von Persönlichkeit verleihen. Wenn es um Hosen geht, hast du einen bestimmten Stil oder ein bestimmtes Material im Sinn. Ich bin offen für verschiedene Optionen. Normalerweise entscheide ich mich für Slim Fit Hosen in einer vielseitigen Farbe wie schwarz oder marineblau. Slim Fit Hosen sind eine gute Wahl. Sie bieten einen modernen und maßgeschneiderten Juck. Absolut. Es ist wichtig, Kleidung zu finden, die gut sitzt und uns Selbstvertrauen gibt. Lass uns ein paar Geschäfte besuchen und verschiedene Optionen ausprobieren, um zu sehen, was für dich am besten funktioniert. Das klingt nach einem Plan. Wenn wir Kleidung anprobieren, können wir sehen, wie sie auf unserem Körper aussieht und sich anfühlt. Es ist auch eine gute Gelegenheit, mit verschiedenen Stilen und Farben zu experimentieren. Ich stimme zu. Etwas Neues auszuprobieren kann aufregend sein und uns helfen, neue Modepräferenzen zu entdecken. Vergessen wir nicht, den Stoff zu berücksichtigen. Atmungsaktive und hochwertige Materialien sind wichtig für den Komfort. Du hast recht. Es lohnt sich, in Kleidung zu investieren, die lange hält und dafür sorgt, dass wir uns den ganzen Tag über wohlfühlen. Wir können auch in Online-Shops nach einer größeren Auswahl an Optionen und wettbewerbsfähigen Preisen suchen. Online-Shopping bietet Komfort und ermöglicht es uns, eine Vielzahl von Marken zu entdecken. Überprüfen Sie einfach die Größentabellen und lesen Sie die Kundenrezensionen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Guter Punkt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Kleidung anhand der angegebenen Maße gut passt. Sobald wir das perfekte Hemd und die perfekte Hose gefunden haben, können wir über passende Accessoires nachdenken. Accessoires können ein Outfit aufwerten. Eine stylische Uhr oder ein Gürtel können dem Ganzen den letzten Schliff verleihen. Absolut. Accessoires bieten die Möglichkeit, unseren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich darauf, einige neue Ergänzungen in meiner Garderobe zu finden. Lass uns unser Einkaufsabenteuer beginnen. Lass es uns tun, John. Wir finden ein schönes Hemd und eine Hose für dich, die du lieben wirst. Danke, Anna. Ihr Fachwissen in Sachen Mode wird sehr geschätzt. Lass uns einkaufen gehen. Lektion 9 – Auf dem Markt hervorstechen Hallo, Anna. Bei der Entwicklung unseres Geschäfts ist es wichtig, die Schmerzpunkte unserer Kunden zu verstehen. Einverstanden? Hallo, John. Absolut. Wenn wir die Herausforderungen unserer Kunden kennen, können wir bessere Lösungen anbieten. Genau. Sobald wir ihre Schwachstellen verstanden haben, können wir Ideen entwickeln, wie wir uns von anderen abheben können. Wir sollten uns darauf konzentrieren, Alleinstellungsmerkmale zu identifizieren, die uns von unseren Mitbewerbern abheben. Einverstanden? Etwas anderes anzubieten oder ein Problem auf einzigartige Weise zu lösen, kann uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Haben Sie erste Ideen, wie wir unser Geschäft differenzieren können? Eine Idee ist es, einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten. Wenn Sie noch mehr tun, kann dies einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ausgezeichneter Vorschlag Wenn Sie unsere Kunden mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit behandeln, können Sie Vertrauen und Loyalität aufbauen. Eine weitere Idee ist es, durch effektives Storytelling und visuelles Design eine einträgsame Markenidentität zu schaffen. Das ist ein gutes Argument. Eine starke Markenpräsenz kann Kunden anziehen und uns bekannter machen. Wir können uns auch auf Produktinnovationen konzentrieren. Durch die Entwicklung einzigartiger Funktionen können wir unsere Angebote von anderen abheben. Innovation ist der Schlüssel. Die kontinuierliche Verbesserung unserer Produkte auf der Grundlage von Kundenfeedback kann zum Erfolg führen. Darüber hinaus können wir Partnerschaften und Kooperationen prüfen, um unsere Reichweite zu erweitern und vielfältige Lösungen anzubieten. Kooperationen können neue Perspektiven eröffnen und uns helfen, neue Märkte zu erschließen. Wir sollten auch die Macht des Marketings und der effektiven Kommunikation berücksichtigen, um uns von der Konkurrenz abzuheben. Absolut. Wenn wir überzeugende Botschaften verfassen und unsere Zielgruppe erreichen, können wir uns von anderen abheben. Investitionen in Marktforschung können wertvolle Erkenntnisse liefern und uns helfen, unser Angebot an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Forschung ist entscheidend. Das Verständnis unseres Zielmarktes wird unsere Entscheidungs- und Differenzierungsstrategien leiten. Schließlich können wir Kundenfeedback priorisieren und uns anhand ihrer Vorschläge kontinuierlich verbessern. Unseren Kunden zuzuhören und uns entsprechend anzupassen, wird unser Engagement für ihre Zufriedenheit unter Beweis stellen. Einverstanden, John. Indem wir uns auf diese Ideen konzentrieren, können wir uns von anderen abheben und eine starke Marktpräsenz aufbauen. Danke, Anna. Danke für deinen Beitrag. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um diese Strategien umzusetzen und unser Geschäft von anderen abzuheben. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass unser Geschäft floriert. Machen wir einen Unterschied auf dem Markt. Absolut, Anna. Differenzieren wir uns und bieten wir unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Gemeinsam werden wir Erfolg haben. In der Tat zusammen, John. Lassen Sie uns auffallen und etwas Positives bewirken. Auf eine glänzende Zukunft. Prost, Anna. Auf unsere Reise der Differenzierung und des Erfolgs. Lektion 10 – Heißhungerattacken auf hausgemachtes Eis Hallo, Anna. Ich habe in letzter Zeit Lust auf hausgemachtes Eis. Das klingt fantastisch, nicht wahr? Hallo, John. Absolut. Der Geschmack von hausgemachtem Eis hat etwas Besonderes. Ich stimme zu. Die Frische und der Geschmack sind unübertroffen. Hast du schon einmal Eis zu Hause gemacht? Ja, habe ich. Es ist eine lustige und köstliche Aktivität. Außerdem können Sie die Geschmacksrichtungen nach Ihren Wünschen antassen. Das ist fantastisch. Ich würde gerne lernen, wie man es macht. Hast du irgendwelche Lieblings-Eissorten? Oh, wo fange ich an? Ich liebe klassische Geschmacksrichtungen wie Schokolade und Vanille, experimentiere aber auch gerne mit einzigartigen Kombinationen wie Lavendelhonig oder gesalzenem Karamell. Diese Aromen klingen fantastisch. Ich bin eher ein fruchtiger Mensch. Ich mag Aromen wie Erdbeere oder Mango. Fruchtige Aromen sind erfrischend, besonders im Sommer. Schauen wir uns einige Rezepte für hausgemachtes Eis an. Das ist eine tolle Idee. Ich freue mich darauf, mein eigenes Eis zuzubereiten. Hast du irgendwelche Rezeptempfehlungen? Ein einfaches Rezept ist ein einfaches Vanilleeis. Du brauchst Milch, Sahne, Zucker und Vanilleextrakt. Es ist ein klassischer Geschmack, der alleine oder in Kombination mit anderen Desserts genossen werden kann. Das klingt köstlich. Mir gefällt die Idee, mit einem klassischen Geschmack zu beginnen. Wie ist der Herstellungsprozess? Es ist ganz einfach. Zuerst musst du die Milch und die Sahne zusammen in einem Topf erhitzen, bis sie warm sind, aber nicht kochen. Dann rührst du den Zucker und den Vanilleextrakt ein, bis alles gut vermischt ist. Danach lässt du die Mischung abkühlen und kühlst sie für ein paar Stunden. Zum Schluss gießt du es in eine Eismaschine und rührst es gemäß den Anweisungen der Maschine um. Das klingt machbar. Mir gefällt, dass es nicht zu viele komplizierte Schritte erfordert. Ich werde es versuchen. Großartig! Ich bin mir sicher, dass du den Vorgang und das leckere, selbstgemachte Eis am Ende genießen wirst. Danke, dass du das Rezept geteilt hast, Anna. Hast du irgendwelche Tipps, um das Eis besonders cremig zu machen? Absolut! Ein Tipp ist, vor dem Umrühren sicherzustellen, dass die Mischung gut gekühlt ist. Dies hilft dabei, eine cremigere Textur zu erzielen. Sie können der Mischung auch eine kleine Menge Maisstärke oder Gelatine hinzufügen, um die Cremigkeit zu verbessern. Das sind hilfreiche Tipps. Ich werde sie berücksichtigen, wenn ich das Eis mache. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Ich freue mich für dich, John. Hausgemachtes Eis ist ein Leckerbissen, den es wert ist, probiert zu werden. Genießen Sie den Prozess und die köstlichen Ergebnisse. Danke, Anna. Ich danke Ihnen für Ihre Beratung. Ich lasse dich wissen, wie es ausgeht. Gönnen wir uns bald hausgemachtes Eis. Klingt nach einem Plan, John. Ich freue mich darauf. Genieße dein Abenteuer bei der Eisherstellung. Werde ich tun, Anna. Nochmals vielen Dank. Auf die Befriedigung unserer Naschkatzen mit hausgemachtem Eis. Lektion 11 Ideen und Vorschläge austauschen Hallo, Anna. Ich habe über Möglichkeiten nachgedacht, unser Projekt zu verbessern. Falls das eine gute Idee ist, was schlägst du vor? Hallo, John. Ich freue mich, dass du offen für neue Ideen bist. Ich schlage vor, eine Umfrage durchzuführen, um Feedback von unserer Zielgruppe zu erhalten. Das ist ein toller Vorschlag, Anna. Eine Umfrage wird wertvolle Erkenntnisse liefern und uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wie sollten wir das angehen? Wir können eine Online-Umfrage mit einer Plattform wie Google Forms oder SurveyMonkey erstellen. Wir entwerfen Fragen, die sich auf bestimmte Aspekte unseres Projekts beziehen und teilen den Link zur Umfrage mit unserer Zielgruppe. Hervorragend! Auf diese Weise können wir Daten direkt von unserer Zielgruppe sammeln und deren Präferenzen verstehen. Irgendwelche anderen Vorschläge? Eine andere Idee ist, eine Fokusgruppe oder eine Reihe von Interviews mit einer ausgewählten Gruppe von Personen zu veranstalten, die unseren Zielmarkt repräsentieren. Auf diese Weise können wir eingehende Diskussionen führen und qualitatives Feedback einholen. Das ist ein toller Vorschlag, Anna. Persönliche Interaktionen können wertvolle Erkenntnisse liefern und uns helfen, unser Publikum auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Ich werde versuchen, eine Fokusgruppe zu organisieren. Darüber hinaus können wir die Strategien unserer Wettbewerber analysieren und Bereiche identifizieren, in denen wir uns von anderen abheben können. Dies verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Das ist ein kluger Ansatz, Anna. Wenn wir die Stärken und Schwächen unserer Konkurrenten verstehen, können wir uns effektiv positionieren. Ich führe eine gründliche Wettbewerbsanalyse durch. Ein weiterer Vorschlag ist die Suche nach Partnerschaften mit anderen Unternehmen oder Influencern in unserer Branche. Kooperationen können unsere Reichweite erweitern und ein breiteres Publikum ansprechen. Das ist eine hervorragende Idee, Anna. Eine Partnerschaft mit anderen kann neue Perspektiven eröffnen und Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Ich werde anfangen, nach möglichen Kollaborationen zu suchen. Wir sollten auch erwägen, Social-Media-Plattformen zu nutzen, um mit unserem Publikum in Kontakt zu treten und eine starke Online-Präsenz aufzubauen. Dies ist ein effektiver Weg, um mit unserem Zielmarkt in Kontakt zu treten. Das ist ein gutes Argument, Anna. Soziale Medien sind ein leistungsstarkes Instrument für Kommunikation und Markenbildung. Ich werde an der Entwicklung einer Social-Media-Strategie arbeiten. Schließlich schlage ich vor, unsere Daten und unser Feedback regelmäßig zu überprüfen und zu analysieren, um datengestützte Entscheidungen zu treffen. Es wird uns helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind und unsere Fortschritte zu messen. Die kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich werde dafür sorgen, dass wir eine Feedback-Schleife einrichten und unsere Daten regelmäßig analysieren. Das klingt nach einem soliden Plan, John. Durch die Umsetzung dieser Vorschläge können wir unser Projekt verbessern und unserem Publikum einen besseren Service bieten. Vielen Dank, Anna, für deinen wertvollen Beitrag. Ich freue mich über ihre Vorschläge. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um diese Ideen umzusetzen und unser Projekt auf ein neues Niveau zu heben. Du bist willkommen, John. Ich freue mich darauf, dass unser Projekt floriert. Zusammen werden wir es zu einem Erfolg machen. In der Tat zusammen, Anna. Lassen Sie uns diese Ideen in die Tat umsetzen und unsere Ziele erreichen. Auf ein innovatives und erfolgreiches Projekt. Lektion 12 Geschichten und Erfahrungen teilen Oh, nett! Wo hast du es gefunden? Ich habe es in einer örtlichen Boutique in der Innenstadt gefunden. Sie haben einzigartige und trendige Artikel. Das ist großartig! Ich liebe es, versteckte Juwelen in der Stadt zu entdecken. Findest du dort oft interessante Dinge? Ja, ich erkunde gerne verschiedene Geschäfte und Märkte. Man weiß nie, was einem begegnen könnte. Das ist wahr. Es ist immer aufregend, auf etwas Unerwartetes zu stoßen. Teilen Sie Ihre Geschichten mit anderen? Ich liebe es, meine Einkaufsabenteuer mit Freunden und Familie zu teilen. Es ist eine unterhaltsame Art, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen auszutauschen. Ich stimme zu. Durch das Teilen von Geschichten können wir voneinander lernen und neue Orte entdecken. Hast du schon einmal jemanden dazu inspiriert, ein von dir empfohlenes Geschäft zu besuchen? Ja, habe ich. Es ist erfüllend, wenn jemand aufgrund meiner Empfehlung ein Geschäft besucht und seine Erfahrung genießt. Es ist, als würde man Entdeckerfreude verbreiten. Das ist wunderbar. Ihre Empfehlungen müssen viel Gewicht haben. Ich muss deine Lieblingslärten zur Kenntnis nehmen. Ich würde mich freuen, meine Empfehlungen mit dir zu teilen, John. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Danke, Anna. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Teilen. Ich bin immer auf der Suche nach einzigartigen Geschäften mit interessanten Funden. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen kann. Es macht mir Spaß, neue Orte zu erkunden und Geschichten zu teilen. Das klingt nach einem fantastischen Hobby. Ich werde Sie auch über alle interessanten Entdeckungen, die ich mache, auf dem Laufenden halten. Das wäre toll, John. Ich freue mich darauf, von Ihren Erfahrungen zu hören. Es ist wie eine virtuelle Tour durch die Stadt. Absolut, Anna. Wenn wir unsere Geschichten teilen, können wir die Stadt auf eine neue Art erleben, auch wenn wir nicht physisch zusammen dort sein können. Das ist das Schöne am Geschichten erzählen. Es bringt Menschen näher und schafft Verbindungen, egal wo wir sind. Du hast absolut recht, Anna. Geschichten haben die Kraft, Distanzen zu überbrücken und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Lassen Sie uns weiterhin teilen und uns gegenseitig inspirieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Auf die Freude am Geschichten erzählen und die Abenteuer, die uns erwarten. Lass die Geschichten sich entfalten. Prost, Anna. Mögen unsere Geschichten andere inspirieren und ihnen Freude bereiten. Lassen Sie uns die Geschichten am Laufen halten und die Verbindungen wachsen lassen. Lektion 13. Erkunden Sie lokale Boutiquen. Oh, nett. Wo hast du es gefunden? Ich habe es in einer örtlichen Boutique in der Innenstadt gefunden. Sie haben einzigartige und trendige Artikel. Das ist großartig. Besuchen Sie oft lokale Boutiquen? Ja, ich erkunde gerne verschiedene Geschäfte und Märkte. Man weiß nie, was einem begegnen könnte. Das ist wahr. Es ist immer aufregend, auf etwas Unerwartetes zu stoßen. Haben Sie noch andere interessante Boutiquen in der Gegend gefunden? Definitiv. Ein paar Blocks entfernt gibt es eine weitere Boutique für mit einer großen Auswahl an handgefertigtem Schmuck. Handgemachter Schmuck klingt faszinierend. Ich muss es mir ansehen. Gibt es noch andere Arten von Geschäften, die Sie gerne erkunden würden? Neben Boutiquen besuche ich auch gerne Antiquitätenläden und Sekundhandläden. Sie können dort einige einzigartige Schätze finden. Das klingt nach einer unterhaltsamen Art, versteckte Juwelen zu entdecken. Irgendwann muss ich dich auf einem deiner Einkaufsabenteuer begleiten. Das wäre toll, John. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund neue Orte zu erkunden. Ich stimme zu. Gemeinsames Erkunden ermöglicht es uns, unsere Erfahrungen auszutauschen und neue Dinge zu entdecken. Haben Sie jemals in einer Boutique etwas ganz Besonderes gefunden? Ja, ich habe einmal ein Vintagekleid gefunden, das in einem ausgezeichneten Zustand war. Es war ein Unikat. Das ist unglaublich. Das muss so gewesen sein, als würde man einen Schatz finden. Haben Sie Tipps für die Suche nach Unikaten in Boutiquen? Ein Tipp ist, sich Zeit zu nehmen und alles durchzusehen. Manchmal sind die besten Fundstücke in den Regalen versteckt. Das ist ein gutes Argument. Geduld ist der Schlüssel, wenn es darum geht, einzigartige Gegenstände zu finden. Ein weiterer Tipp ist, ein Gespräch mit den Ladenbesitzern oder Mitarbeitern aufzunehmen. Sie haben oft wertvolle Einblicke und können versteckte Juwelen empfehlen. Der Aufbau einer Beziehung zu den Ladenbesitzern macht das Einkaufserlebnis noch angenehmer. Ich werde mich bemühen, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Danke für die Tipps, Anna. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich ein paar Tipps mit dir teilen konnte. Viel Spaß beim Einkaufen und vielleicht finden Sie viele einzigartige Schätze. Danke, Anna. Ich danke Ihnen für Ihre Beratung. Lassen Sie uns weiterhin die lokalen Boutiquen erkunden und gemeinsam versteckte Juwelen entdecken. Absolut, John. Auf weitere Einkaufserlebnisse und die Freude, etwas Besonderes zu entdecken. Lass uns gehen. Prost, Anna. Begeben wir uns auf diese Shopping-Eskapaden und schaffen wir bleibende Erinnerungen. Auf neue Boutiquen und einzigartige Fundstücke. Lektion 14, süße Leckereien backen. Hallo, Anna. Ich habe in letzter Zeit in der Küche experimentiert. Wir machen eine Vielzahl von Keksen, Kuchen und Torten. Es ist ein süßer Leckerbissen für alle. Hi, John. Das klingt köstlich. Backen ist eine wunderbare Art, unsere Naschkatzen zu stillen. Was ist dein Lieblingsdessert zum Zubereiten? Ich mache gerne Schokoladenkekse. Das Aroma von frisch gebackenen Keksen ist unwiderstehlich. Wie steht's mit dir, Anna? Ich liebe es, Apfelkuchen zu backen. Die Kombination aus Zimt und Äpfeln ist einfach herrlich. Hast du irgendwelche Geheimtipps für perfekte Kekse? Ein Tipp ist, den Plätzchenteig vor dem Backen zu kühlen. Es verhindert, dass sie sich zu stark ausbreiten und führt zu einer zäheren Textur. Das ist ein toller Tipp, John. Das behalte ich im Hinterkopf, wenn ich das nächste Mal Kekse backe. Hast du irgendwelche Tipps für die Zubereitung einer flockigen Tortenkruste? Unbedingt! Ein Tipp ist, bei der Herstellung des Teigs kalte Butter und Eiswasser zu verwenden. Es hilft beim Erstellen von Schichten und verleiht ihnen die gewünschte Schuppigkeit. Das wusste ich nie. Danke fürs Teilen, John. Ich werde es versuchen. Backen kann so viel Spaß machen, besonders wenn wir neue Techniken lernen. Backen ist ein kontinuierlicher Lernprozess und es ist immer aufregend, neue Dinge auszuprobieren. Hattest du schon einmal Backpannen? Oh, ja. Ich habe einmal vergessen, Backpulver in einem Kuchen zu geben und er ist sehr dicht geworden. Aber wir lernen aus unseren Fehlern, oder? Absolut. Backpannen passieren jedem. Das Wichtigste ist, es weiter zu versuchen und keine Angst vor Experimenten zu haben. Ich habe ein Familienrezept für Schokoladenkuchen, das seit Generationen weitergegeben wird. Es ist definitiv mein absoluter Favorit. Familienrezepte sind die besten. Sie bergen so viele Erinnerungen und Traditionen. Ich würde gerne eines Tages deinen Schokoladenkuchen probieren. Kannst du das Rezept teilen? Sicher, ich würde mich freuen, es mit dir zu teilen, John. Ich bin sicher, du wirst es genauso genießen wie meiner Familie. Backen bringt Menschen zusammen. Danke, Anna. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zum Teilen. Backen ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, mit anderen in Kontakt zu treten und Freude durch Leckereien zu verbreiten. Du bist willkommen, John. Backen ist eine universelle Sprache, die dem Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Lasst uns weiter backen und unsere süßen Kreationen teilen. Absolut, Anna. Auf viele weitere Back-Abenteuer und die Freude, köstliche Leckereien zu genießen. Lass uns weiter backen. Lektion 15 Künstlerische Werkzeuge und Techniken Hallo, Anna. Ich habe in letzter Zeit an einigen Malprojekten gearbeitet. Zum Malen brauchte ich Pinsel und Rollen. Die anderen Projekte benötigten nur Hallo, John. Das ist interessant. Es ist erstaunlich, wie verschiedene Kunstprojekte unterschiedliche Werkzeuge erfordern. Welche anderen Tools brauchten Sie? Ich brauchte auch eine Palette und etwas Farbe. Das Mischen von Farben ist ein wichtiger Teil des Malprozesses. Ich stimme zu, John. Eine gute Palette hilft uns, Farben zu mischen und einzigartige Farbtöne zu kreieren. Hast du bestimmte Maltechniken verwendet? Ja, ich habe sowohl mit Nass-in-Nass als auch mit Trockenbürsttechniken experimentiert. Nass-in-Nass sorgt für ein weicheres Aussehen, während trockenes Bürsten für mehr Textur sorgt. Das ist faszinierend. Verschiedene Techniken können das Ergebnis eines Gemäldes völlig verändern. Hast du irgendwelche anderen Techniken ausprobiert? Ich habe auch Glasuren ausprobiert, bei denen durchscheinende Farben übereinandergelegt werden, um dem Kunstwerk Tiefe und Fülle zu verleihen. Verglasung klingt faszinierend. Es muss dem Gemälde eine schöne Leuchtkraft verleihen. Hast du irgendwelche Lieblingsfarben, mit denen du arbeiten kannst? Ich arbeite gerne mit Blau- und Grüntönen. Sie vermitteln ein Gefühl von Ruhe und Natur. Wie steht's mit dir, Anna? Irgendwelche Lieblingsfarben? Ich fühle mich zu warmen Erdtönen wie Braun und Orangen hingezogen. Sie geben mir das Gefühl, geerdet und gemütlich zu sein. Farben haben einen großen Einfluss auf unsere Emotionen. Absolut, Anna. Farben haben die Kraft, verschiedene Emotionen hervorzurufen und die Stimmung eines Kunstwerks zu bestimmen. Es ist wirklich faszinierend. Hast du jemals andere Kunstformen ausprobiert? Ja, ich habe mich mit Töpfern und Bildhauerei beschäftigt. Es ist eine andere Art, Kreativität auszudrücken und mit dreidimensionalen Formen zu arbeiten. Töpferei und Bildhauerei erfordern andere Fähigkeiten. Es ist beeindruckend, wie Kunst so viele verschiedene Formen annehmen kann. Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger in der Kunstwelt? Ein Tipp ist, regelmäßig zu üben und keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Kunst ist eine Reise der Selbstdarstellung und jeder Schlag zählt. Das ist ein toller Tipp, Anna. Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, den Lernprozess zu akzeptieren, sind entscheidend. Hast du irgendwelche Lieblingskünstler, die dich inspirieren? Ich lasse mich von den Werken von Vincent van Gogh inspirieren. Seine Verwendung von lebendigen Farben und ausdrucksstarken Pinselstrichen ist wirklich faszinierend. Van Goghs Kunst ist zeitlos. Sein einzigartiger Stil inspiriert weiterhin Generationen von Künstlern. Danke fürs Teilen, Anna. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt der Kunst weiter erkunden. Du bist willkommen, John. Kunst ist ein nie endendes Abenteuer. Lassen Sie uns weiterhin kreieren, erforschen und uns inspirieren lassen. Auf unsere künstlerischen Reisen! Prost, Anna! Mögen unsere künstlerischen Bemühungen uns Freude, Erfüllung und grenzenlose Kreativität bringen. Malen wir unsere Welt mit Farben und Fantasie.